hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunde zu einer wunde ja also zu einer runde warframe ich habe gerade in der zwischenzeit habe ich gerade was getrunken sinnvollerweise mal was getrunken aber es ist immer so wenn ich was trinke dann habe ich gleich durst und gleich würde gern nochmal was trinken also so der geschmack von trinken im mund und dann würde ich gern noch was trinken also ja und ein paar freundschaftsantragen habe ich auch angenommen zwei ich wollte das nur kurz erwähnen damit man nicht glaubt ich sitze hier eigentlich nur die mich rum in der aufnahmepause ok das heißt das ganze wird schon wieder ein bisschen zu sand werden was das betrifft weil es gibt hier wieder orkin lager es kommt schon kommt mir schon schneller vor lieber feld es gibt hier wieder orkin lager korpus lager geh weg so es gibt hier wieder korpus lager und was noch gibt gibt es wieder zwei mission hier eher zerstören oder extra hier muss ich mir noch angucken dann ich dachte ich komme aus aber anscheinend nicht die sabotage mission könnte jetzt ein bisschen länger dauern ne aber wir wollen ja theoretisch alles mitnehmen es ist auch wenn ich hier weg gerne denke ich an die aus ex human revolution heißt glaube ich es war auch so ein geiles spiel also irgendwie ich fand es irgendwie ganz geil ich fand es echt ganz muss ich vielleicht nochmal starten oder so aber ich weiß nicht let's play davon machen ist sicher etwas schwierig der arme ja oh die waffe ist echt ok jetzt weiß ich warum die waffe so geil ist es ist nicht zu der damage und auch nicht so das movement setz sondern es ist einfach nur die gewaltige zerstörung die mit der waffe möglich ist die zerstückelung ich glaube das ist das was so geil ist in der waffe aber warte auch juckt uch der tot der tot kommt der tierjunge oh oh ok hätte spektakulär ausgesehen wenn die kiste nicht weg gewesen wäre ja ouch also das ist so geil look ich seh noch einer irgendwo ja wie du die hier verstümmeln kannst das ist das ist einfach nur die Roboter nicht aber die Menschen oh die armen Menschen so orkinlager jetzt wird es interessant wir gehen definitiv mal nicht dorthin wo wir hin müssen hey hier bin ich oh ich will es gar nicht zeigen ich will es gar nicht her zeigen oh oh ok ähm muss ich hier auch genauer schauen oder kann ich hier mal glaube ich drauf ich ich guck da nahe nochmal genauer ob hier was sein könnte achso hier ist eh zugesperrt ok gut drüben geht es dann weiter das heißt ich gehe mal hier hoch wer weiß wo hier orkinlager sein könnten das hier wäre zum beispiel ein sehr sehr mieses versteck hier oben am besten auch hier zwischendrin oder so hätte schon was aber ich sehe hier mal ich sehe hier sehe ich jetzt mal nichts na komm her wenn du mir nicht was auf die fresse kriegen würdest komm her ja wo ist sie wo ist sie ach Gott sei Dank warte ich hecke da schnell hier die Alarms sind so nervig Lame Entschuldigung das freut mich aber ne Oxym Drohne ne Oxym Drohne ne Oxym Drohne Oxym ok jetzt ne Oxym Oxym ist echt low aber besser als nichts ich meine wir brauchen noch gute 144 da drüben ist was komisches aber ich glaube das sind nur ich glaube das waren nur Questziele hier ich müsste mal ein eisern Orkin Lager finden damit ich ungefähr weiß so Bergensgut muss echt Cent sein das kann man glaube ich nirgends brauchen Griechen Roboter öh öh geh weg ist noch was Hier ist auch nichts man enttäuschend sag mir bitte dass ich noch bei nichts vorbeigelaufen bin Das wäre heftig. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich die letzte Folge zumindest für heute sein, zum Aufnehmen. Weiß nicht, morgen muss ich wieder Lots of the Fone aufnehmen. Das heißt, wenn ich Lust habe und Zeit habe, werde ich nochmal Warframe aufnehmen. So wie vorige Woche vielleicht. Nur da habe ich es halt nicht geschafft. Das tut mir echt leid. Habe ich es versprochen, aber nicht geschafft. Oder, ich weiß nicht, habe ich es versprochen? Nee, versprochen habe ich es glaube ich nicht, aber ich habe es halt gesagt, dass ich es könnte. Na, da ist irgendwas. Hier hinter der Wand. Oxium. Ich liebe Oxium. Das Geschenk Gottes. Ja gut, okay. Fast. So. Ähm. Da muss ich hin, das heißt, ich gehe mal hier lang. Was kann ich decken? Da kriege ich irgendwas. Einen eigenen Roboter. Komm, wir weg. Na komm. Boah, der Move war geil. Der Move war geil. Mein Roboter. Okay, wo ist die Drohne? Komm. Stirb. Die können doch irgendwo diese Orkin-Lager haben. Oder gibt es das nicht, dass hier keines ist? Weiter mal da hinten. Da muss ich lang, das weiß ich. Ja, macht gerade. Ist mir gerade egal. Da ich immer noch da lang muss. Ähm, wo war gerade noch was? Na, oben. Man könnte immer noch schauen. Das gibt jetzt auch noch gut. Ne, hier ist nichts. Schade. Ist echt schwierig, muss ich sagen. Hier ist auch kein Lager. Äh, was ist das für eine komische Sicht? Ach, Menno. Die Oxym-Drohne hat sich wieder selbst getötet. Wie gemein. Aber sie hat irgendwelche anderen Drohne mitgenommen. Das fand ich zumindest ganz cool. Und nett. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Hier in die Richtung, oder? Ach. Okay, das hat man definitiv gehört. Also, ich gehe mal schnell hier ein bisschen rumsuchen. Ich meine, ich bin jetzt Ja, da schießt schon wer auf mich. So. Ich glaube, ja. Da hat gerade einer was eingegeben. Aber nicht. Nein. Sprengst dich nicht in die Luft. Kann man das gar nicht in die Luft, also kann man das gar nicht, oh, schade. Doch, müsste gehen. Oh, das war ein Oxym- Alter. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurück und alles absuchen. Geh weg. Okay, ich gucke mich hier jetzt noch mal ein bisschen um. Ich meine, hier war jetzt eines. Aber ich sollte halt hier, boah, das hätte ich nicht vorher wissen müssen, dass die so ausschauen. Ah! Ich gucke immer auf diese, ich gucke immer auf Greeneer und das ist ein Teil mit der Größe hier. Ich gucke immer auf die Orokin-Dinger. Die sind ja viel größer und fallen extrem auf. Da will ich rein. Wo ist er? Aua, 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 aua. Okay, der ist down. Hier nicht. Toll, ein Orokin- äh, ein Sonar gefunden. Kann man nicht hacken. Auch nicht. Doch, kann man. Das kann man, glaube ich, hacken. Ja. Will ich... Ah, der ist auch. Okay. Will ich aber jetzt nicht. Was ist das? Sehr unhöflich. Okay, hier kommt man nicht weiter. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen still. Ich muss... Ich sage jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Wir suchen nach diesen Lagern, weil jetzt bin ich nämlich extrem weit rumgelaufen schon. Und das... Ich komme mit mir weiter in den Einerrichten. Ich glaube, hier ist schon der Ausgang dann. Gut, aber wenn ich den Raktor zerstöre, ist eh scheiße, weil der... Jo, hier ist der Ausgang. Gut, eine Mission kann ich zum Glück nicht verlassen. Unabsichtlich, sage ich jetzt mal. Okay, gucke ich mich mal um. Hier ist auch noch eines. Die Frage ist, wo das jetzt ist, ne? Also ein bisschen was zum Umsehen haben wir noch. Ich habe hier einen gesehen. Ich habe hier einen gesehen. Warte. Na komm. Das mache ich sogar ohne Schild, Jungs. Wie ungemein dies. Also wie gemein dies sind. Ungemein vor allem. Ungemein sind sie. Wir machen dies aber nicht damit. Das ist die ganze Zeit. Okay, hier war ich jetzt schon überall. So, jetzt sehe ich mich hier nochmal. Hier war ich, glaube ich, also hier habe ich mich auch schon relativ gut umgesehen. Und dann muss ich zugeben. Auch wenn ich die Teile nicht brauche, aber mitnehme kann man sie immer noch. So, jetzt komme ich hier wieder zurück. Ich muss das Teil auf jeden Fall finden, bevor ich den Reaktor sabotiere. Das heißt, ich gucke mich nochmal definitiv um. Ob man vielleicht noch was findet. Das, weißt du, bei den Orkin, bei den Grineer sind das so schöne, abseits stehende Kisten. Die fallen so richtig auf. Und hier sind es einfach so gleiche Kisten, nur weiß. Weißt du, ich meine, bei den anderen sind es auch weiß. Okay, aber, weißt du, was? Okay, hier müsste ich mich jetzt mal kurz umsehen. Und das sehr genau eigentlich. Okay, hier war ich schon. Da oben auch, das heißt. Ich sehe mich hier jetzt mal ein bisschen um. Ah, hier war ich schon drin, okay. Ich gehe mal hier kurz rein. Hier ist nichts. Okay, ich muss mir das immer genau merken, wo ich schon war und wo nicht. Okay, bei den Orangen war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht drinnen. Doch, hier war ich schon. Ähm. Ich gehe mal kurz. Kernleitung, okay. 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 Okay.